Hi, heute möchte ich mal ein extra Video dazu bringen, warum es so gefährlich ist, alleine mit dem Trinken aufzuhören, wenn du körperlich abhängig bist und warum du das auf keinen keinen Fall tun solltest, wenn du körperlich abhängig bist. Aber bevor ich damit anfange, noch mal kurz für den Hinterkopf. Die allermeisten Menschen mit Alkoholproblemen sind nicht körperlich abhängig. Wir denken das zwar, das ist so das Bild in unserem Kopf, das stimmt aber nicht. Die meisten Menschen mit Alkoholproblemen können, zumindest rein medizinisch betrachtet, problemlos alleine aufhören zu trinken. Aber für Menschen, die körperlich abhängig sind von Alkohol, gilt das eben nicht. Wenn du also regelmäßig trinkst und zum gewohnten Zeitpunkt keinen Alkohol bekommst und dann solche Symptome auftreten wie Zittern, Schwitzen, Übelkeit, Herzrasen, Schlaflosigkeit oder Unruhe und falls diese Symptome wieder verschwinden oder zurückgehen, wenn du trinkst, dann bist du körperlich abhängig und dann kann es für dich tatsächlich lebensgefährlich sein, ohne medizinische Begleitung mit dem Trinken aufzuhören. Es kann nämlich dann zum sogenannten Alkoholentzugssyndrom kommen. Und zwar dann, wenn der Blutalkoholspiegel, den dein Körper gewohnt ist, absinkt. Alkoholentzugssyndrom ist der Oberbegriff für die Krankheitserscheinungen, die dann eintreten können. Einige davon hatte Ina, deren Geschichte ich dir heute erzählen möchte. Ina war körperlich abhängig und Ina hat ohne medizinische Begleitung aufgehört zu trinken. Und zwar am 01.01.2020. Am 31.12.2019, Silvester, hat sie sich nochmal richtig volllaufen lassen. Da hat sie schon nachmittags angefangen und hat dann so bis circa 22 Uhr getrunken. Dann hat sie sich übergeben und ist ins Bett gegangen. Den Jahreswechsel hat sie verschlafen und ist am 01.01. dann extrem verkatert wieder aufgewacht. In der Nacht zum 02.01. haben dann so nach und nach die Entzugssymptome eingesetzt. Ina hat angefangen zu schwitzen und ihr Herz hat angefangen zu rasen. Das war so ein Stolpern, immer wieder. Und dann das Gefühl, dass ihr Herz davon galoppiert. Sie weiß das heute alles noch so genau, hat sie mir erzählt, weil sie ab dem 02.01. Tagebuch geführt hat. Doch selbst als sie aufgeschrieben hat, was da gerade mit ihrem Körper passiert, hat sie sich noch keine Gedanken gemacht. Weil so ein enger Gefühl im Brustraum, die Nervosität, die spätestens am Abend einsetzt, wenn sie nichts trinkt, das kannte Ina schon. Am 03.01. ist sie dann aufgewacht und ihr tat alles weh. Ihr ganzer Körper, jeder Muskel, jedes Gelenk. Ina hatte rote Augen, weiche und zittrige Knie. Sie fühlte sich schwach, hatte Schweißausbrüche. Ihr war abwechselnd extrem heiß und sofort danach extrem kalt. Und dieses enge Gefühl in der Brust, das ist nach oben gewandert. Jetzt hatte Ina Halsweh und so ein Druck im Kopf. In der Nacht auf den 04.01. dann hatte sie Halluzinationen, hörte Geräusche, die eigentlich nicht da waren. Und da bekam sie Angst. Dann fing es vor ihren Augen an zu flimmern. Dann bekam sie Schlafparalysen. Heißt, Ina ist aufgewacht, war bei Bewusstsein, konnte aber ihren Körper nicht bewegen. Notarzt hat sie aber noch immer nicht gerufen. Und am 05.01. hat sie dann in ihr Tagebuch geschrieben, dass die Nacht schon eine Spur besser war. Dann ließen die Symptome so peu a peu nach. Heute lebt Ina nüchtern. Gott sei Dank. Sie lebt. Denn das hätte auch anders ausgehen können. Denn das, was Ina da beschreibt, das sind zum großen Teil klassische Symptome eines Alkoholentzugssyndroms. Wobei die Anzahl an Symptomen, die auftreten können, riesig ist. Dazu zählen zum Beispiel auch solche Dinge wie Brechreiz und Durchfall, Herz-Kreislauf-Störungen, Tinnitus, also dieses Piepen in den Ohren, extreme Reizbarkeit, Flüssigkeitsansammlungen in den Armen oder in den Beinen, also die schwellen dann an. Und neben zitternden Händen kann auch die Zunge zittern, die Mundwinkel und die Augenlider. Es kann auch zu Sprach- und Bewegungsstörungen kommen, zu Krampfanfällen und neben Halluzinationen auch zu solchen psychischen Symptomen wie starke Angst und manchmal sogar Wahnvorstellungen. Ich habe mich darüber mal mit der Leiterin einer qualifizierten Entgiftung unterhalten, also einer Station, die sich darauf spezialisiert hat, körperlich Abhängige in sicherer Umgebung entgiften zu lassen. Und die hat mir erzählt, dass Menschen im Extremfall tatsächlich Maulwürfe aus dem Stationsboden kommen sehen oder dass Menschen im Wahn überzeugt davon sind, sie würden verfolgt oder sie würden von ihrer Partnerin betrogen. Und manche Menschen werden in dieser Phase des körperlichen Entzugs auch extrem aggressiv und entwickeln so eine unfassbare Kraft. Und die werden dann oft auch fünffach fixiert, damit sie das Pflegepersonal nicht verletzen. Also so richtig angegurtet, wie man das aus Filmen kennt. So jeder Arm, jedes Bein und einmal um den Bauch. So, das sind dann aber die schweren Fälle eines Alkoholentzugssyndroms. Hier sprechen Fachleute dann vom sogenannten Alkoholdelir. Das ist ein psychiatrischer Notfall. Das ist die oberste Stufe des Alkoholentzugssyndroms und es ist die Extremform, die verhältnismäßig selten auftritt. Wobei selten bei Alkohol halt immer relativ ist, weil so unglaublich viele hierzulande ein Alkoholproblem haben. Also von den Menschen, die einen stationären Entzug machen, tritt ein Alkoholdelir bei 7 bis 16 Prozent auf. Aber das sind halt allein in Deutschland mehrere tausend Menschen pro Jahr. Laut dem Fachbuch Alkoholismus, Missbrauch und Abhängigkeit sind das 15 bis 20 tausend Menschen jährlich. Die Zahl ist zwar von 2008, aber so in dem Bereich bewegen wir uns da ungefähr. Und wenn ein Alkoholdelir nicht behandelt wird, dann sterben 15 bis 30 Prozent daran. Die Todesursache lautet dann Delir bei Alkoholabhängigkeit. Sterben tun die Menschen zum Beispiel an Herzversagen oder Multiorganversagen oder Atemstillstand. Ina hatte dann Glück. Ihre Symptome sind innerhalb von ein paar Tagen abgeklungen. Meistens ist das auch so. Aber rückblickend betrachtet sagt Ina, sie hätte medizinisch betreut werden müssen. Und sie sagt, dass sie den Entzug total unterschätzt hat. Was bei ihr zum Beispiel daran lag, dass sie vorher auch schon probiert hatte, mit dem Trinken aufzuhören und da keinerlei Symptome hatte. Und dann dachte sie sich so, hey, das geht schon. Aber, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu wiederholen, Abhängigkeit ist nicht statisch. Die entwickelt sich. Und bei Ina ist damals eben aus einer psychischen eine körperliche Abhängigkeit geworden. Also nur weil das mit dem Aufhören ein paar Mal zumindest körperlich betrachtet problemlos funktioniert hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass es wieder funktioniert. Von daher, falls du merkst, du schwitzt, wenn du zum gewohnten Zeitpunkt nichts trinkst, dein Herz rast, du zitterst oder du hast körperliche Symptome, die in diese Richtung gehen, dann such bitte einen Arzt oder eine Ärztin auf oder kontaktiere eine Suchtberatungsstelle. Mach das nicht alleine. Achte da auf dich, okay? Ich verlinke dir in der Videobeschreibung eine Seite, auf der du dich in deiner Gegend nach einer Anlaufstelle umsehen kannst. Okay, das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, das gesagt zu haben. Körperlicher Entzug allein zu Hause, nein. Ich wünsche dir alles Liebe, abonniere gern diesen Kanal, wenn dich Themen wie diese interessieren und wenn du nichts verpassen willst. Ich würde mich freuen und ich sage bis bald. Tschüss.